ja hallo leute und zu einer weiteren Folge weiter dort zu gehen und mit dabei schon wieder jemanden neues ist es der Juli aus den sollten die alten Abonnenten kennen die neuen Kinder noch nicht er hat gut einfach mein Kraft sie sind gekauft und also etwas und war er hat und alles aber das ist sehr gut in Erinnerung geblieben um und ich werde jetzt nämlich fallen in die Händen bisschen Bäume der Händen kommt erst mal zum Bestimmte es hat sich denn das was dafür noch mal machen Slash tpa stash tpa er hat uns aber ich habe alles falsch an von Hunger sterben ähnliche und auch ein mehr so ich habe ich habe dabei viel heißen die ganze stehen geblieben also nämlich war ab die Fähigkeit Nenker noch 33 Akkuil abgab das und alles so alles im Haus geil er wird nur ab da haben sie einen kurzen die Welt ist ins Haus müssen ich kann die Kisten nicht aufmachen und so wird noch nicht viel drin wenn ich komme jetzt nicht heraus zu sein gesperrt K.A. 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 weg die Frau hat also ich guck mal kurz du bist ganz schön weg also du bist um mindestens 2000 Blöcke weit ja du 2300 Blöcke so ungefähr weit weg wollen wir mal zu dir laufen neuerlich kann sich in den neuen geboten und essen gehen nicht gibt es ja wieder ich hab grad selbst kein Essen das ist er sagt er nur angepflanzt er hat einfach ganz viel steiner hat sie ja es gibt nämlich eine ich erkläre das kurz ein bisschen es gibt mit Bank der Konzern zum Beispiel Steine verkaufen die davon andere Sachen kaufen Franz an Steine oder kann man kann hier schon mit der Städte die WG gemacht hat und kann von der Städte verbaut nein er hat Kripa 0 3 er hat jetzt auch nichts zu essen merke ich gerade aber ich hab noch so viele Karotten kannst du vielleicht vier geben vier auch ja klar vier danke zwei mhm lecker Julius Karotten vier wo sie hinterherlaufen ey wo kriegt man Karotten her ähm muss man sich kaufen oder halt in der Mina wo du verkaufst dafür musst du erst mal jetzt ist so ein oh ich hasse dich wem jetzt läuft mir jemand hinterher und ja ich dass das ist auch die heißt ja und der heißt Prozent Jack in Bad also müssen andere hinterher gelaufen er ist nicht aber heute unterbaut wir haben das Geld ist und an der nicht schlagen aber nach welchen er ist nicht es ist immer ein Friedrichsburg das ist der Sport meines aber ich denke auch der Holger Elke wollte ich dazu mir ja dafür muss doch was er okay es ist nicht mehr mal und es wird jetzt muss die Teil der Astros drücken muss und er ist mit der er habe ich nicht hat auch zwei Koffer und steht bei dir was du bist du da bist du das bei mir muss ganz gut so wie er bei der Mannschaft das zwei Karotten von mir bekommen da Lexner der Markt wenn du dich zu mir direkt wird jetzt noch mal dann siehst du hier mal wollen wir haben wollen ne was ich muss es ist es ist erst mal ein bisschen zu holzen von Bordett Kürbester mal vor allem Bäumhäuser da wollen wir hat er denn wir sagen ich brauche Eichenhalt mir gefällt sich das aber ganz gut es ist um das ist ich habe mit dem kritischer Schaden sowohl bei uns haben sie aber so wie kann man auch kann aber kommt gut das ist wenn man die ohne Kind und kurz hier wache er wurde eigentlich der Eichenholz kann man ja auch was bei möglichen Holzen in Hausmann ja man kann aber das darf man nicht machen kann zum Beispiel ist ja man kann aber man darf nicht wenn die einen nicht finden dann ist alles gut aber vielleicht stoßen sie auszusehen mal auf meine Folgen wie zu hast du hier noch dann wissen sie ja dass du hier jetzt gemacht hast also da bestimmt stoßen die auf deine Folgen naja das also das Projekt finde ich also tritt schon mehrere Zuschauer für meine Verhältnisse was macht auch Spaß und auch mehr Abonnenten darum geht es ja nicht aber es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß oh ey ich hab mein zweites Grundstück gefunden echt ja geil ich mach mal ey warte mal slash gs bekommen mal mach ich das nächste Mal dann hab ich auch zwei Grundstücke dann sollten wir müssten das alle gleichzeitig machen und dann kriegen wir wahrscheinlich alle nebeneinander nein ich bin wieder bei so naja das war nicht ein Grundstück naja das ist überhaupt nicht weit entfernt von meinem glaube ich welches Grundstück mein zweites ne glaubst du nicht ja weil ich war da direkt in der Nähe alles und ich hatte können das weiterzulaufen oh Jung ich hab grad gleich nichts mehr zu essen kann man auch irgendwie äh slash home machen oder sowas äh slash gs und dann mit erstes GSTP dann bist du wieder ja ich hab mir erst mal drei Wolle ja mach das Kohle ich hab ja auch fast 153 ein Amboss hier ist ein Bottle-Ding ein Bett ah das kostet aber 20 ach ich wollte mir ja auch nur Wolle kaufen es kann ja nicht mehr sprünten slash gs ey Mark gespielt das länger als ich ja auch nein ich habe essen ja ich habe auch essen nur noch angepflanzt und wie kriegen wir ja ich hab Geld ähm verkaufen mach es mehr Schock Bank dann kommst du zur Bank und es ist ja was du für wie viel Geld verkaufen kannst und für was du was kaufen kannst wie viel Geld ja haben wir haben wir coolen schon herausgefunden mhm du bist ja nicht cool also hast es noch nicht herausgefunden so meine 10 Milliarden extra mal weg tun ja wohl hier ist ein Apfel wir wollen ich hab ein Bett ich hab' ich eigentlich slash money 15 Euro 30 stein es ist eigentlich auch Monster äh selten gut weil der Welt ein halbes Leben und ich stehe hier grad auf kaum ach so wo ach so meint es in der Welt wo man baut Farmbild ja Farmbild so nach als in der Welt in der Miene ja also dann ist man so macht es schützt ich hab' ich schützt und Julio so ich hab' halt total wenig du kannst auch nicht viel verlieren also doch du hast mir ein Jürgen gekriegt alles wieder echt mhm also wenn ich jetzt nicht extra unbringlich kriegt es wird alle wieder auf die Level bleiben das tut es sehr gut das stimmt da kann eigentlich immer schnell der Anliebeck gehen will und vor allem schreiben möchte was dumm ist eigentlich sich schnell tüten lassen also ist der Spieler und dann weiter da steht einfach so ein Kratzer entzündete es und dann was tippe er geht gar nicht mit demnächst schalten die erinnert muss in der Welt wird es mal sein da und jetzt muss ich nochmals der Schwung so so musst du das da ist der Stein sollte mir vielleicht mal mein Boden machen also so gut in den Prozent 30 jawohl wie gibt es nicht den kann ich wenn ich in der Meintritt will nicht machen denn die GSTP du musst erst die es machen und wir haben so ein Stück Weltkonsenten zu bilden m kurz nicht verkaufen wird kommen kaufen können so ich möchte ich jetzt darum bringen sicher dass man alles wieder bekommt ja also ich bin noch nicht also ich bin schon ganz schön aufgestorben aber trotzdem vor allem Markt folgen ich glaube viermal das war schon tot aus dem Tod aus dem Tod aus dem Tod ich habe alles wiederbekommen und es kommt es nicht mit einem möglichen Lachen mit von der Schaufel wo auch mal Euro Banken das ist der Schwab aus meiner Geschichte ja ein Mann schiebt ohne Witz sei ich habe nur eine einzige Erfahrungsflasche kostet 1500 der Typ der Richter die ganze Zeit für 50 Euro das alles gekauft hat er könnte sich das kaufen um weil es ja auch was ich habe als Mann und 80 Prozent und mein Geländer und soviel davon die Schüler aus dem Gelände ausgelöntet ich kaufe davon ich weiß es mag es auch nicht auf uns tisch Kupfer es sei nicht viel eigentlich nur kurz vorhanden und in Naja wenn du kaufst du es einfach Konfusius sagt was soll es wichtig was soll es vor allem sich mal zu einem anderen Grundstück der politischen Zweiteck ist von einem neuen Grundstück okay ich muss es weiß jemand wie man kann man hier auch Holster kaufen äh nee aber stein 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 muss einmal fährlich die Welt laufen zu meinem Grundstück ja ich habe auch noch kein Stein und holen ja mach ich jetzt dann kann sie ihr Karotten kaufen wie soll ich noch mitbekommen eigentlich gemacht denn so wie behindert bin ich eigentlich nicht ich glaube es einfach macht 3.000 Blöcke zu meinem Grundstück und du kannst du immer der Grundstück geht ich weiß ich kann doch ich kann sie nur noch schon das sind die Karten die wir nicht nehmen was auch einfach schnell eine Qualität ist übrigens gerade volle Meistern ja ja aber sie werden Klack in der Beinein der Haus bei Ende im Rausch ist sie nicht und bei mir nicht also er war denn nicht nicht hat die Wolkenkratzer vor und bei seiner Fläche in Wahlenkraft von euch für die viele einmal einsteck stein bekommt wenn wir da ab mit dem dollar und so ungefähr Franz und eine Karotte kostet 1 ich glaube ich werde diese Reise nicht schaffen, oh kacke warum wirst du sie nicht schaffen? weil meine Karotten wohl nicht ausreichen werden kannst du die andere oder kaufst du die 12? wenn ich... wenn ich... ich wäre vorwärts wäre mein Grundstück weg ist nicht ich habe doch hier auch ganz viele Grundstücke und ich habe da auch ein Gebäude drauf kannst du dann noch beiden was bauen warte, Slash ich werde es nicht mehr zu dem mit einem Baum teleportiert, das ist das Problem ich habe den eine Anfrage gesendet nimm mal an nee, nee doch, ich möchte jetzt erstmal zu meinem Grundstück dann kann ich dir doch Karotten geben ach, stimmt, du bist auch da dran äh, Slash chip jetzt voll das schwierige Wort da, so siehst du mich? ja hier danke, danke, dass du mir in dieser Not hierbei stehst bitte, bitte bitte 22, okay das fühlst du ein bisschen recht lol, ich war kurz, eigentlich war auch kurz vor deinem Grundstück eigentlich, das hat mir kaum was gebracht aber naja danke für die Karotten ja ja ich habe ja hier mit eine Erfahrung IT-Teleportiert mal gleich zu mir und dann möchte ich ja wissen, wie weit unsere Grundstück muss man da sind ja ich sehe, dass ich mich für das mal garantiert will ich erst mal ein weil du kannst ja jetzt Benzeteleportieren bist du und du kannst ja gucken, ob es aber nicht mehr von den Resten ja naja, ich weiß nicht, dass ich erst einmal zum Grundstück kommt, zum eigentlichen Grundstück ich brauche Eichenholz, man ich will aber nicht toll, du brauchst es für dein Haus nö, ich habe mein Haus nicht angefangen an dem Stack krass mein Haus sieht alter wie schnell der Baum gewachsen ist aber mit Knochenmeer geht da schnell, du klar, du hast es du hast grad voll wie ein Skobo über Hexel geklungen oh cool und die auch immer machen oh, hier sind voll die nice Häuser, nice man, nice so ein Blumenhaus das ist ein Insider, versteht ihr nicht ja Leute, versteht ihr nicht ich muss mir noch oh, ich muss mir doch noch ein Vordach bauen ein Vordach, ach so ein Vordach, na natürlich Ben ohne Vordach das läuft so nicht das geht mir gar nix ohne Vordach hat jetzt vielleicht ein Drittel vom Weg geschafft ok und es ist jetzt zugewertig, dass ich mir einfach so eine Bahn bauen kann ich bin ich bin einfach in zwei Meter in zwei Blöcke großes Loch gefallen da oben sind meine ich ich bin dann das ist GSTP ich bin dann wieder bei deren Grundstücke bis tone fürannie jemand kostet das geschieht auch schießt der stp 1 die ist tp 1 und wichtig der da ist mit tp 2 mehr ich bin wieder da ist ein zweites konzentriert zwei grundstücke dann kann ich ja auch zu meinem alten teleprinzip leise alter nice ja leute ich glaube die letzten folgen sind alle voll über lang deswegen wird diese folge jetzt beendet bis zum nächsten mal liebe freunde sagt tschüss leute tschüss 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 j tschüss Vielen Dank.